Ja, hier ist Erik, LaserScanicTV. Heute mal wieder M-Lit-Updates. Wir wollen euch hier mal ein paar alternative Zubehör-Sachen oder ein alternatives Zubehör vorstellen für euren M-Lit-Empfänger. Und zwar eine andere Art, den M-Lit zu bedienen, mit einem speziellen Handheld-System. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Ja, hier haben wir ja unseren RX. Das ist ja die neueste Erscheinung von M-Lit. Der verkauft sich ja sehr gut. Das ist ja ein RTK-Empfänger, der sehr klein ist, sehr praktisch und auch einen sehr guten Preis hat. Dann könnt ihr ja da diese Stange hier mit dazu kaufen von M-Lit. So zweiteilig, zwei Meter groß. Wir haben dann hier noch so ein paar Zubehör-Teile hier. Zum Beispiel hier diesen Halter. Und normalerweise wird der Empfänger mit einer App bedient hier, mit eurem Mobiltelefon. Könnt ihr hier verwenden. Und das machen ja sehr viele Kunden. Aber für vielleicht Power-Nutzer, denen das nicht reicht, haben wir noch eine andere Lösung. Und die ist dieses Gerät hier. Und zwar, anstatt jetzt euer Mobiltelefon zu nehmen, habt ihr eben doch die Möglichkeit, hier in Fablet nennt sich das gute Teil, so ein Teil hier zu verwenden. Und das ist im Prinzip ein Outdoor-fähiges Android-System, was verschiedenste Funktionen drin hat. Und was das genau macht, das erkläre ich jetzt gleich. Ich muss an dembei das Datenladblatt noch schnell aufrufen. Also bevor ich jetzt ins Datenladd reinspringe, nochmal, was ist eigentlich das Problem, wenn ihr jetzt euer Standard-Handy benutzt, dann habt ihr eigentlich folgendes Problem. A, ein Handy ist jetzt eigentlich kein Outdoor-Bedienungssystem zum Messen. Das ist vielleicht das größte Problem. Das zweite ist, die Batterielaufzeiten sind nicht unendlich lange. Das dritte ist, warum könntet ihr euch für sowas interessieren? Weil jetzt seid ihr hier so, ne, jetzt seid ihr hier mit eurem RX jetzt hier so schön, spannt das ein, habt ihr hier die App drin halt, ja, so macht ihr das hier so. Luckt das hier mal rein jetzt hier, damit ihr das mal sehen könnt hier. So, und das ist ja euer Standard-Telefon, was ihr hier verwendet, ja. Ja, und dann ruft hier halt euer Kumpel an, ja, dann weiß ich auch nicht, was ihr da machen wollt. Also könnt ihr euch dann hier so hinstellen beim Essen und dann sagen, hey Fritz, wie geht's dir? Oder irgendwie so hier, dann kurz noch mal telefonieren nebenbei. Ja, das wollt ihr vielleicht nicht. Also wenn ihr jetzt eigentlich wollt, dass ihr das auch voneinander trennt, das kann ja für einige auch ein Punkt sein, dann macht sowas auch separat Sinn, ja. Ja, so, also das können eure Gründe sein, unterschiedlichste Natur. Wie gesagt, hier sieht man das hier, das ist halt einfach auch für Außendienst gemacht und also ein bisschen stabil, ich mach's jetzt nicht, aber das sollte, wie ich mal der Hörsteller hat gesagt, das kann auch mal runterfallen und dann soll das auch nicht kaputt gehen halt. Also, aber da guckt bitte noch mal genau ins Datendatz, das ist nicht das, was wir jetzt machen. Wir haben uns jetzt entschieden hier, wie gesagt, gibt's ja 80.000 Varianten. Wir haben Handheld, ist jetzt ein sehr bekannter schwedischer Hersteller, die da schon lange auf dem Markt sind und wir haben uns dafür zwei Geräte hier entschieden. Das ist einmal hier der Nautiz X6 hier und das ist ein Ultra-Rocket Android-Pablet, ist der Name. Hier das Wichtige für euch ist hier vielleicht mal, dass ihr hier ein Gewicht von 380 Gramm habt, ihr habt hier einen Qualcomm-Prozessor drin, eine eigene Grafikkarte, ihr habt 4 Gigabyte RAM und 64 Gigabyte Speicher. Wie gesagt, Betriebssystem ist jetzt hier in der Version ein neuer Android, wenn ihr hier ein paar Jahre mal guckt, dann wird's vielleicht ein anderes sein. Ihr habt hier ein Display, das ist ja vielleicht nochmal für den einen oder anderen interessant, von der Auflösung her, was euch das Display hier zeigen kann, ist 1080 bei 1920. Es ist sonnenlichttauglich, das ist nämlich auch so ein Problem mit den Handys, also ihr habt ein sonnenlichttaugliches und ihr könnt es mit Handschuh- und Regenmodus verwenden halt. Dann habt ihr hier noch ein paar Funktionstasten hier, aber ich glaube, die nutzen wir zurzeit nicht auf der Vorderseite, dass man da schneller rauf kann. Gibt's hier ein Akkupack und Wechselakkus, also ihr könnt ihr halt dann hier komplett durchdüsen hier, das wird auch ein bisschen größer sein. Ja, habt ihr dann noch USB-Anschlüsse und so weiter, hat auch eine eigene GPS-Antenne drin. Wir wollen natürlich mit einer präzisen messen, ja, und im Prinzip auf der Rückseite habt ihr hier noch eine 13 Megapixel-Kamera, wobei das wahrscheinlich definitiv schlechter sein wird als in jedem Handy und das Ding hat auch ein paar Sensoren drin hier. Wichtig eigentlich, weil wir wollen es ja jetzt verwenden, ist halt die Betriebstemperatur, die ist minus 20 bis 55, also da könnt ihr das verwenden. Lagertemperatur kann minus 40 bis minus 70 sein, also wenn ihr das jetzt zum Beispiel hier dann mal im Winter über Nacht im Auto lasst und dann so minus 40 Grad werden, was sehr wahrscheinlich ist, wird das funktionieren, ja. Ja, ihr könnt ja auch in Kanada sein. Das Gerät soll sechs Stürze von 1,50 Meter auf dem Betonboden aushalten. Ja, das probiere ich jetzt hier nicht, aber wir glauben, dass man den herstellt. Ihr sollt es ja auch nicht alle fünf Minuten runterschmeißen, aber klar, ich kenne das aus der Praxis, ihr habt das Ding hier dran, hängt hier dran, lehnt das hier so ein bisschen fluffig irgendwo ans Auto, was man ja nicht machen soll und dann fällt euch der Stab da um mit dem ganzen Zeug dran halt. Und dann sollte das das Gerät eigentlich überleben. So, wichtig ist noch, das Ding hat einen Schutz von IP67, das ist halt Sand, Staub und Wasser geschützt, hat halt eine Feuchtigkeit von 0 bis 95 Grad, hält das auch Luftfeuchtigkeit aus. Also ihr könnt ja da auch mit quasi im Dschungel-Prinzip GPS-Messungen machen oder weiß ich nicht, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in der Sauna ist, ob es da auch noch geht halt. Da müssen wir das mal rausfinden halt. Also wie gesagt, das ist halt dafür gemacht, wenn man da draußen sehr stabil unterwegs sein möchte. Und wir haben, das ist das Gerät, das ist jetzt auch vom Preis nicht das Interessantere, deshalb empfehlen wir das, wenn ihr jetzt einfach mit der M-Lit-App arbeiten wollt, wenn ihr sagt, wir nehmen unser M-Lit, um hier mit dem GIS-System zu arbeiten. Da muss ich hier mal reinspringen hier. Das ist halt das ALGIZ-RT8 und das ist Ultra-Efficiency und das ist halt, sagen wir mal, deutlich größer. Und wann solltet ihr das verwenden? Das macht Sinn, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine GIS-Applikation laufen habt, hier QGIS und dann den M-Lit mit dran und wollt ihr euer GIS haben mit dem größeren Display und sehen, was ihr da aufnimmt. Und dann ist es besser, ihr wählt halt dieses größere Handheld-System und seid damit glücklich. Ja, und damit aushalten soll hier, mache ich jetzt hier Schluss. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt zu den Lösungen, guckt bei uns im Website, schreibt mir eine Mail und wie immer nicht vergessen, hier Kanal abonnieren und Likes da lassen und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal, euer Erich. Bis zum nächsten Mal, euer Erich.